Nach massiven Regenfällen mitten im neuseeländischen Sommer stehen weite Teile der größten Stadt Auckland unter Wasser. Die Bürger der 1,6 Millionen Einwohner Stadt Auckland werden vom Zivilschutz aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Das Nationale Forschungsinstitut Niva teilt mit, dass in einigen Gebieten der Stadt innerhalb von 15 Stunden 80 Prozent der Niederschlagsmenge gefallen sind, die sonst im ganzen Sommer gemessen wird. Besonders betroffen sind auch die Vororte Comoy und Albany. Die Niva twittert, es ist möglich, dass Teile von Auckland an einem einzigen Tag so viel Regen erleben werden, wie sonst im gesamten Sommer. Die Feuerwehr ist mit Kajaks und Jetskis im Einsatz, um Menschen aus ihren Häusern zu retten. Ein geplantes Konzert von Elton John im Mount Smart Stadium, zu dem 40.000 Fans kommen sollten, wird aus Sicherheitsgründen abgesagt. Zahlreiche Straßen werden gesperrt. In Teilen von Auckland fällt auch der Strom aus. Terminals am Flughafen sind überflutet. Grünen-Politikerin Galrice Garrowman twittert, die Szenen, die sich in den Überschwemmungsgebieten abspielten, seien furchterregend. Und betont, das ist es, was wir wegen der Klimakrise immer wieder rund um den Globus erleben werden, bis wir sie in der Politik und in unserem Handeln ernst nehmen. Bürgermeister Wayne Brown sagt dem Sender Radio New Zealand, der Regen muss aufhören. Das sei das Hauptproblem. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017.